Der Pluralismus gefährdet, dass nämlich der Staat darauf angewiesen ist, dass es Gemeinschaften gibt, die solche Dinge wie Liebe, Hoffnung, Glaube leben. Denn kein Staat kann das befehlen, kein Staat kann lieben, kein Staat kann hoffen oder glauben. Heute sprechen wir wieder über unser Überthema Cultural Witness, die Frage nach dem christlichen Zeugnis in unserer Welt. Wir gehen ja auf die Studientage zu und dort wird dieses Thema das grosse Thema sein, wo wir drei Tage darüber sprechen werden. Mit vielen verschiedenen Personen aus Kunst, Kultur, Tom Holland ist dort, der bekannte Historiker, andere Leute. Ralf Kunz ist unter anderem auch dort und deshalb freuen wir uns auch sehr, dass du heute bei uns bist. Du warst schon einige Male hier, ein altbekanntes Gesicht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Heute wollen wir uns eine spezifische Frage stellen, nämlich wir leben ja im Westen des 21. Jahrhunderts innerhalb von Kontexten, die sehr pluralisiert sind. Wir leben in rechtsstaatlichen Demokratien, eben mit einem pluralen Verständnis. Und deshalb wollen wir uns damit beschäftigen, was bedeutet es eigentlich für den christlichen Glauben und für das Zeugnis des christlichen Glaubens, für das Zeugnis Ablegen des christlichen Glaubens. Und vielleicht können wir gleich zu Beginn kurz darüber sprechen, was heisst eigentlich Pluralismus? Was ist damit gemeint? Man hört es häufig, aber was meinen wir damit? Ich finde es hilfreich, wenn man unterscheidet zwischen Pluralismus und Pluralität. Pluralität hört sich nach einem Detail an. Aber der Pluralismus, da steckt der Ismus drin. Und wir haben viele Worte im Deutschen, die mit Ismus enden, Imperialismus, Kolonialismus, Individualismus. Und alle diese Ismen zeigen eine Art Verformung, eine Art Ideologie, einen Druck, einen Zwang an. Das gilt auch für die Begriffsbildung Pluralismus. Und jetzt mal, Pluralität ist etwas anderes. Da zeigt sich im Deutschen eine Vielfalt. Und die Vielfalt jetzt mit Blick auf die Religion heisst, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, in der es Muslime gibt, in der es Katholikinnen, Katholiken, Reformierte, aber auch keine Konfession. Und das heisst, diese Pluralität ist zuerst einmal ein Fact und ist keine Ideologie. Und dann könnte man weiter unterscheiden, dass es in dieser Pluralität eine freundschaftliche, offene, eine Miteinanderkultur gibt. Das nennen wir dann Ökumene. Vielleicht eher ein gleichgültiges, ungepflegtes, das man einfach so hinnimmt, gleichgültig, tolerant. Und dann vielleicht sogar ein aggressives Miteinander und das dann ein Gegeneinander ist, ein Kampf. Aber das ist alles Ausdruck von Pluralität. Pluralismus, also wenn man das jetzt noch vielleicht so, und diese vielleicht normative, gesetzliche oder ideologische, dann könnte man auch unterscheiden zwischen einem milden Pluralismus, dass man einfach sagt, ja, es ist richtig und es soll so sein. Das ist eine Errungenschaft unter einem ganz strengen Pluralismus sagt, es kann keine andere Wahrheit geben, als dass wir keine Wahrheit haben. Bis hin zu einer gnostischen Variante, dass man die Religionen hinter sich lassen muss, weil die Religion genau noch diesen primitiven Anspruch erhebt, dass es so etwas gibt wie die Wahrheit. Und dann ist man irgendwann so bei der Esoterik, kein Wilber ist ein Name, der hier genannt wurde in den letzten 20, 30 Jahren, oder bei einer Mystik, die man sagt, jede Religion hat Recht. Und das wäre dann so ein prinzipieller Pluralismus. Ja, man hört ja auch häufig, das hast du jetzt eigentlich schon ganz gut beschrieben, also man hört da häufig einen gewissen Relativismus auch mitschwingen, vor allem wenn wir von einem religiösen Pluralismus sprechen. Also die Vorstellung, ah ja, das sind alles Einkleidungen derselben Wahrheit, aber auf andere Arten, also die unterschiedlichen Rituale und gemeinschaftsbildende Aktivitäten, die verschiedenen Praktiken, die verschiedenen Narrative, die damit schwingen. Das ist alles eigentlich wie bei einer Zwetschge oder was weiss ich, wie eine Frucht, die einen Kern hat. Und eigentlich geht es aber um den Kern. Was würdest du dazu sagen? Ja, das Bild ist verführerisch. Und jetzt ist die Frage, was ist der Kern und was ist die Schale? Und es gibt ja Nüsse und dann ist der Kern die Frucht. Die Schale wirft man fort. Oder es gibt die Zwetschge, da ist der Kern der Stein und man isst die Frucht. Und genau das ist die Grenze dieses Bildes. Also man kann sozusagen die Geschichten, zumindest im Christentum ist es nicht möglich, die Geschichte von Jesus, von Nazareth abzulösen und herauszulösen aus der Botschaft des Evangeliums. Das gibt etwas ganz Seltsames, auf jeden Fall nichts Biblisches. Und wir haben in der Geschichte des Christentums immer wieder Versuche gesehen, solche Ideen herauszulösen und eine Art quasi spekulative, Gnostische oder Mystische oder Dogmatische oder was auch immer für eine Religion herauszufiltern. Und das ist selten gut gekommen. Wäre hier ein Beispiel für eine solche Art vielleicht auch das Buch von Miroslav Wolf, Allah. Ich weiss nicht, ob ihr das gelesen habt. Ich habe das gelesen mal, ja. Das legt ja so ein bisschen nahe, dass eigentlich das Zusammenleben von Muslimen und Christen besser gehen sollte, weil im Grunde genommen ja irgendwie derselbe Gott angebetet wird, aber auf verschiedene Arten. Es ist also eben so ganz kurz gefasst. Es ist zwar ein bisschen komplexer natürlich, aber... Es ist vielleicht, in manchen Aspekten geht er vielleicht auf eine der Spielarten ein bisschen ein, eine solche Vorstellung. Aber es ist noch einmal, also bei ihm geht es vor allem darum zu sagen, eigentlich ist das das Objekt, das angebetet wird in den monotheistischen, das heisst die abrahamitischen Religionen, eigentlich ist es der gleiche Gott. Nicht so unterschiedlich, wie man gemeinhin annehmen würde. Ja, ich könnte auch sagen, das funktioniert eigentlich nur, weil wir zur selben Familie gehören. Also, jetzt kann man es ein bisschen zugespitzt sagen, die Muslimen sind unsere Geschwister oder vielleicht unsere Cousin. Es ist eine Religion, die sich aus dem Judentum und aus dem Christentum jetzt, um es nicht kritisch zu sagen, herausgebildet oder abgesetzt oder herausgelöst hat. So wie das Christentum mit dem Judentum eine Verwandtschaft hat. Wie immer man das interpretiert, aber das ist sozusagen auf der Achse gesehen, ist es eine Verwandtschaft. Und dann kann man die These erheben, okay, wir haben auch dieselben Traditionen, dieselben Geschichten, notabene. Also, Jesus kommt auch und Maria und Abraham, das ist alles Stoff im Koran. Ich glaube, was ich vorhin kritisch meinte mit diesem eher gnostischen, konstruierten, spekulierten Ideenreligion, ist nochmal ein anderes Kapitel. Ich würde es eher dort ansiedeln in dieser eben Neugnostik, die ganz unterschiedliche Varianten hat. Eine ist, dass man tatsächlich in die Vernunftreligion gehen könnte, in die europäische Geistesgeschichte. Und dann so von Spinoza über eigentlich Baruch de Spinoza bis Leibniz, Kant, wenn man so will. Also, diese Vernunftreligion sich dann immer mehr ablöst vom Religiösen und immer spiritueller wird und sich immer mehr verdünnt oder eben, wenn man so will, das Abstrakt herausnimmt und das Konkrete auf die Seite wirft. Und das halte ich tatsächlich für hochproblematisch, zumindest nicht theologisch, nicht vertretbar. Nicht haltbar, ja. Eine Art homopatische Religion. Ja, wenn man so will. Oder man könnte auch verdünnt. Es ist das Lebendige. Die Geschichten sind nicht einfach nur Zierart. Genauso wenig wie die Gleichnisse in der Predigt von Jesus nur irgendwie, nur Bilder sind. Sondern sie bringen eine Dynamik, bringen etwas in Bewegung, begeistern und bringen uns in Fahrt. Und deshalb kann man sie nicht einfach so als Nebenprodukt einer religiösen Fabrikation sehen. Genau. Und auch religiöse Praktiken sind eigentlich nicht herausnehmbar aus diesen narrativen Horizonten. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, weil es nicht jede Form der Meditation ist einfach gleich, weil man sich in seinem Körper oder weil man ähnliche Atemübungen macht. Sondern da kommt es wirklich darauf an, in welche Horizonte das eingebettet ist. Vielleicht, also wie jetzt haben wir gesehen, eigentlich in einer pluralen Welt oder zumindest in einem pluralen Westen, müssen wir irgendwo durchkommen als religiöse Menschen zwischen einem fanatischen Abgrenzen und sagen, nur ich und mit dir kann ich gar nicht sprechen, weil wir können sowieso nicht eigentlich übereinstimmen, weil ich habe die Wahrheit, du hast sie nicht. Und auf der anderen Seite eben diese Einhebnung aller Unterschiede, diese Einhebnung, wo gesagt wird, eigentlich wollen wir doch alle sowieso immer schon das Gleiche. So als würden wir sowieso immer schon das Gleiche glauben wie Buddhisten, wie Hinduisten, wie jüdische Menschen oder auch wie Muslime. Und ich glaube, irgendwo dazwischen müsste ein Dialog oder müsste das Zusammenleben gestaltet werden. Vielleicht die Frage dazu, welche Rolle hat da ein Staat, ein Staat, der auch als pluraler Staat begriffen werden muss? Ja, also wenn du den Staat jetzt ins Spiel bringst, dann bringst du ja sozusagen eine Ordnungsmacht ins Spiel. Jetzt reden wir über Mächte, die darüber bestimmen, wie man einen Diskurs führt oder wie man über gewisse Inhalte verhandelt, auch politische Inhalte oder juristische. Und im Bereich der Religion haben wir eine Geschichte, davon können wir nicht abstrahieren. Es gab eine Zeit, in der das Miteinander eben ein Gegeneinander war. Wir kommen vor allem in der Neuzeit in eine katastrophale Auseinanderbrechen und der Konfessionen, die Konfessionskriege, der 30-jährige Krieg, das war ein Desaster sondergleichen. Und 30 Prozent der Bevölkerung gewisse Landstriche in Deutschland entvölkert, das war wirklich ein Desaster. Und die Reaktion der Politik, das ist natürlich alles sehr vereinfacht. Es gibt nicht ein Subjekt, das gesagt hat, so jetzt ist aber fertig, die bösen, bösen Kirchen und so. Es waren ja alles Christen, sondern es ist so ein Prozess, der aus dem heraus sich etwas Neues herausbildet. Ein Subjekt, das nicht mehr nach der Pfeife der Kirche oder im Blick auf den Altar nicht mehr in einer Partnerschaft, sondern eher in einer Obrigkeit über die Kirche bestimmte und damit einen Joch sozusagen zerbrochen hat, einen Bund zerbrochen hat. Und das hat unsere Geschichte natürlich, also die europäische Geschichte ist eine Befreiungsgeschichte. Man erzählt die Geschichte so, als ob eben ein Staat sich aus der Kirche herausgelöst hat. Und das ist natürlich eine Verkürzung dieses Narrativs. Man könnte auch sagen, die Christenmenschen haben eingesehen, dass es nicht gut ist, den Glauben allzu sehr mit der Macht zu verstricken und hier einen Entflechtungsprozess begonnen, der sein Gutes hatte, aber auch einen Schatten wirft. Und wir sehen in anderen Weltregionen, dass diese Entflechtung, Islam, Stichwort, noch nicht so oder vielleicht nie so ablaufend wird, wie in unserer Geschichte. Ernst Böckenförde hat dazu auch Interessantes geschrieben. Also Ernst Wolfgang Böckenförde war ein deutscher Staats- und Verwaltungsrechter und Rechtsphilosoph. Er hat sogar diese Ablösung noch weiter vorn angesetzt, nämlich beim Investiturstreit eigentlich schon. Nikola, willst du das erklären? Ich kenne mich auch nicht so wahnsinnig gut aus. Aber das hat auch mit den Machtverhältnissen zu tun zwischen Kirche und Staat und war, also Staat ist vielleicht anachronistisch gesagt, weil der war schon... König, Kaiser und Papst. Ja genau, Kaiser und Papst. Die Frage, wem gehört ganz am Schluss die Macht, wer hat das letzte Wort. Und das war eben schon wesentlich früher, als der 30-Jährige. Die Uneinigkeit der Kirche, die Zerstrittenheit der Kirchenleitung, Kirchenfürsten, führte dazu, dass die weltliche Macht sozusagen ein Machtwort sprechen musste. Und das Motiv ist genau, ich finde, das trifft den Nagel auf den Kopf. Ein Staat kann die Voraussetzungen nicht schaffen, die es braucht, um eine solche Wertbildung. Genau, ja. Aber eine Kirche entsprechend, die Religionsgemeinschaft, kann die Macht nicht kopieren, die es braucht, um eine solche Voraussetzung zu garantieren. Und genau dieses Diktum bringt uns auf den Punkt, weshalb es sinnvoll ist, die Pluralität zu bejahen, aber den Pluralismus kritisch zu begleiten. Denn der Pluralismus gefährdet genau das, was Böckentwürde meinte, dass nämlich der Staat darauf angewiesen ist, dass es Gemeinschaften gibt, die solche Dinge wie Liebe, Hoffnung, Glaube leben. Denn kein Staat kann das bewähren, kein Staat kann lieben, kein Staat kann hoffen oder glauben. Das ist eine Sache, die nur in den Religionsgemeinschaften gelebt werden kann. Und wenn dann der Pluralismus sozusagen das Fundament der Religionsgemeinschaft zerstört, dann hat der Staat ein Problem. Also wäre dann in diesem Sinne die Aufgabe eines Staates, der die konkreten Identitäten solcher Religionsgemeinschaften ernst nimmt, eigentlich vor allem, dass er Orte schafft, an denen auch genau die Stimmen dieser Gemeinschaften gehört werden können? Oder könnte man vielleicht sagen, er muss die Spielregeln aufstellen? Ja, aber ja. Aber auch dort, finde ich, das hat so einen problematischen Nachgeschmack, weil dort dann doch der Staat vielleicht eine gewisse ideologische Neutralität vorgibt, die er aber dann doch nicht wirklich selbst wieder einholen kann. Ja, natürlich. Und wir haben diese Problematik mit Blick auf zum Beispiel den sogenannten europäischen Islam. Also inwiefern ist es dieser Glaubensgemeinschaft erlaubt oder geboten, für die eigene Ausbildung der Imame zu sorgen und Lehre zu importieren? Und so weiter und so fort. Wir kennen die Diskussion. Die Frage ist tatsächlich, inwiefern der Staat mehr als Spielregeln geben kann. Du hast jetzt von Orten gesprochen, ich würde eher von Rechtsräumen. Aber das Ganze hat zwei Seiten. Es gibt ja nicht nur die negative Religionsfreiheit, sondern auch die positive. Und das heisst, dass es auch ein Recht gibt, der Menschen ihre Religion frei auszuüben. In gewissen Grenzen. Entschuldigung? In gewissen Grenzen. Ja, also das Ausüben einer Religion ist ja nicht per se etwas Problematisches. Und genau dort sind die Spielregeln. Die Grenzen einer Religion, das sind die Rechte und Freiheiten der Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und das ist klar, das ist ein Konfliktbereich, aber man könnte sagen, die lassen sich, die sind überschaubar innerhalb des Rechts. Aber die Frage ist dann tatsächlich, wenn ein Recht innerhalb der Religionsgemeinschaft kollidiert mit dem Recht eines Staates, sprich Scharia, also sprich andere Rechtsgrundsätze. Und dort wird es problematisch. Aber wenn ich das Recht sehe, ist das eigentlich nicht die heisseste Diskussion, die wir in Europa zurzeit führen, ob wir da die Scharia einführen oder nicht einführen, sondern die fangen ganz anders an. Ja. Das sind ja auch häufig dann eben eher politische Probleme, die dann irgendwie auch noch juristische Implikationen haben. Aber dann gibt es schon, also die Aufgabe eines Staates wäre dann schon in diesem Sinne eine Doppelte, einerseits zu sagen, es gibt diese Spielregeln und die müssen wir aufrechterhalten. So, also es kann niemand im Namen seiner Religion jemand anderen unterdrücken, sagen wir es mal so, oder? Umbringen. Ja, umbringen, genau. Dafür sorgt der Staat eigentlich, indem er gewisse Grenzen und gewisse Regeln normativ anwendet. Und auf der anderen Seite würdest du sagen, es gibt aber eben auch diese, der Staat muss auch dafür sorgen, dass die religiösen Positionen oder dass Religion gelebt werden kann. Ja, genau. Also dieses Positive, was auf der anderen Seite ist. Darf ich da kurz? Ja, ja, ja. Weil es geht ja nicht, es gibt nicht einen christlichen Mord und einen säkularen Mord. Hat er zum Beispiel mal blöd gesagt. Das heisst, eine Straftat ist eine Straftat ist eine Straftat. Also es ist viel subtiler bei der Religion. Und die Spielregeln geht, da geht es zum Beispiel um solche Dinge wie Diskriminierung, Meinungsfreiheit oder wann ist eine Beleidigung blasphemisch, wann gehört sie in der Rubrik Rassismus. Das sind unglaublich subtile. Wir sehen jetzt im ganzen Antisemitismus und Islamophobie-Diskussion, wie subtil das Ganze ist. Oder auch Evangelikale kommen hin und wieder eins auf die Schnauze, einfach weil sie evangelikal sind. Und diese Dinge sind sehr, sehr, sehr subtil. Die Beispiele insofern sind zu grob, weil der Terrorismus, ob der jetzt religiös ist oder ob da irgendeiner sonst irgendwie spinnt, das ist eigentlich wurscht. Und die Frage, die wir stellen, die geht rückwärts an das Selbstbewusstsein der Religionsgemeinschaften. Und das heisst, es gibt nicht nur einen Staat, der reguliert, sondern es gibt auch die Religionsgemeinschaften, die sich selbst regulieren und auch selbst formulieren, wer sie sind und welchen Anspruch sie erheben. Also die Herausforderung in einem pluralistischen oder pluralen System ist ja, dass es verschiedene Weltanschauungen und Meinungen gibt. Und dass aber, wenn eine Gruppierung einen starken Wahrheitsanspruch hat, das dann kollidiert mit anderen Meinungen, die… Jein, wenn ich da auch noch einmal widersprechen darf. Ich glaube, ein starker Wahrheitsanspruch ist ja auch im System selbst. Also jetzt einmal politisch gesprochen ist ja, der Pluralismus ist dort zuerst einmal eine empirische, und das heisst eine beschreibende Kategorie oder eine, die man sehen kann. Die Demokratien leben davon, dass es so etwas gibt wie einen Streit auch um die Wahrheit und Streit auch um die Macht. Und es ist den Sozialistinnen und Sozialisten erlaubt, zu glauben, dass das Heil, ich sage jetzt absichtlich Heil, für die Gesellschaft darin besteht, dass der Staat sozialistisch ist. Und die Liberalen, die Kapitalisten, die dürfen auch die Meinung vertreten, es sei eigentlich besser, wenn der Staat ein Nachtwächterstaat ist und ganz dünn und so weiter. Diese Grundansichten, die seit etwa 150, 200 Jahren in unseren Demokratien spielen und für das Machtspiel und Sorgen, sie dürfen auch starke vertreten, dürfen auch ideologisch vertreten, das gehört sozusagen zum Spiel der Demokratien. Die Frage ist, wie das geht, wenn eine Mehrheit sozusagen an die Macht kommt, wie sie dann mit der Minorität umgeht, wie das demokratische Spiel am Leben erhalten werden kann. Das ist so die ständige Herausforderung jeder Demokratie, wie zum Beispiel die dritte Macht und die zweite Macht, wie die Medien, wie die Justiz auch manipuliert werden kann. Das ist sozusagen das Spiel der Mächte. Und dann gibt es noch den Sonderfall, der die europäische Geschichte, nicht, also Sonderfall. Es gibt noch die traumatische Erinnerung einer jungen Demokratie, die in kürzester Zeit implodiert ist und durch eine charismatische Herrschaft ersetzt wurde. Und das ist etwas, das den Demokratien, aber auch den autoritären Systemen droht, dass sozusagen in eine charismatische Lücke ein Mensch hineintritt, der es fertig bringt, so manipulativ die Massen zu bewegen, dass sie ihm freiwillig folgen. Also die charismatische Herrschaft lebt von Anhängern und von Followern, die einem politischen Influencer blind folgen. Und das ist dann schlechte Nachricht für die Pluralität. Das heisst, dann kommen sie unter die Räder, die die Minderheiten sind, die aufweichende Meinung haben. Also wenn du jetzt in die russischen Gefängnisse gehst, wirst du die Opfer einer charismatischen Herrschaft finden, die mit einem Mythos und mit einem neuen Nationalismus sozusagen eine Rasenmäher-Politik fährt gegenüber allen Oppositionellen. Also du würdest sagen, eigentlich ist ein starker Wahrheitsanspruch, gerade auch für Religionsgemeinschaften, nicht nur nicht problematisch, sondern eigentlich gefordert in unserem System. Ja, absolut. Es geht nicht darum, dass man die Wahrheit schwach macht, nur um irgendwie eine Art Frieden oder so eine Art Demokratie. Die Frage ist ja, das ist sehr abstrakt, was ist eine starke Wahrheit? Was will diese Wahrheit? Und ich sage es einmal so, eine tiefe Überzeugung, ich sage jetzt nicht, für die ich sterben würde, das ist zu vollmundig, aber für die ich einstehe. Ich bin zutiefst überzeugt, dass das Evangelium von Jesus Christus eigentlich etwas ist, das für die Welt, das ein gutes Ende bringt, oder anders gesprochen, ich hoffe auf einen Gott, der kommt. Ich hoffe auf einen Gott, der kommt. Das ist eine starke Wahrheit. Sie ist sogar eine letzte Wahrheit. Und ich könnte noch weiterfahren mit Superlativ. Aber diese Wahrheit bringt mich dazu, dass ich versuche, ein Leben zu leben in der sanften Herrschaft meines Herrn. Das heisst, in der Nachfolge sehe ich das Prinzip der Nächstenliebe. Ich sehe diese Überzeugung, dass wir für die Versöhnung einstehen, für die Vergebung einstehen. Also stärker geht es nicht mehr. Aber das macht mich nicht zu einem Menschen, der sagt, jetzt, Nikola, du musst das glauben, was ich glaube. Du musst Mitglied werden in der Kirche, in der ich Mitglied bin. Sonst ist das gar nicht gut, sonst greife ich zum Schwert. Das ist ja ein Widerspruch in sich selbst. Also die starke Wahrheit, welche Qualität hat sie? Welche Geschichte erzählt sie? Welche Lieder singt sie? Welche Praktiken übt sie? Was ist ihre Frucht? Und dann können wir darüber reden. Würdest du sagen, das ist auch die Art und Weise, wenn wir von kulturellem Zeugnis sprechen, oder vielleicht noch direkter von Evangelisation, das ist ja heutzutage auch nicht mehr so richtig in, zumindest im Westen. In diesem Zusammenhang, was würdest du sagen? Evangelisation. Ist das in unserem System okay? Oder ist es vielleicht sogar gewünscht, je nachdem, wie man es macht? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Kommunikation des Evangeliums, das ist ein bisschen ein geschwurbelter Ausdruck, aber er bringt es schon auf den Punkt. Es geht um eine Kommunikation, aber nicht irgendeine, sondern es geht um die Kommunikation des Evangeliums. Das Evangelium aber ist nicht nur ein Ding oder etwas, worüber wir verfügen. Es ist nicht ein Paket mit Regeln oder eine Geschichtenkiste, sondern das Evangelium selbst teilt sich mit. Es kommuniziert sich. Ich bin Teil einer Geschichte. Und das heisst, das ist ja genau der Witz, deshalb reden wir von Zeugen und nicht nur von Überzeugung. Ich bin nicht ein Ideologe, der sozusagen die Rettung der Welt in den Händen hat und die beste Lösung, ein Ratgeber, König oder weiss ich was, sondern ich bin Teil einer Bewegung. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und jetzt kann ich es einmal ganz plakativ sagen, die Kirche ist dazu da, um Gott die Ehre zu geben und das Evangelium weiterzusagen. Wenn sie das nicht tut, ist sie für nichts da, sondern ist sie sinnlos und zwecklos. Kirche soll Gott ehren und das Evangelium bekannt machen. Und mit anderen Worten, es gibt gar keine Frage ob, sondern es gibt nur die Frage wie. Und dann kann man es dumm machen, sodass jeder denkt, um Gottes Willen, lieber nicht. Oder man kann es hoffentlich auch so machen, dass die Menschen fragen, wow, was ist das? Weshalb lebt ihr so? Was steckt dahinter? Und das Ziel unserer Evangelisation sollte es sein, dass die Leute fragen, was glaubst du, was hoffst du? Wie kommt es, dass du so leben kannst? Das wäre das Ziel. Das gelingt uns hin und wieder und meistens nicht, aber wir streben danach. Ich will aber trotzdem sagen, dass es vielleicht heute schwieriger ist, als noch vor ein paar Jahren überhaupt gewisse Grundsätze zu sagen oder schon nur Aussprüche wie, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, können bereits anstössig wirken. Und ich denke, das hat auch viel damit zu tun, dass wir zunehmend in einer Gesellschaft leben, die Spannungen oder Mehrdeutigkeiten nicht mehr gleich erträgt. Also Stichwort Ambiquitätstoleranz fehlt irgendwie. Also diese Toleranz, die Spannung auszuhalten oder irgendwie auch andere Meinungen überhaupt akzeptieren zu können, das düngt mich, hat irgendwie schon zugenommen, also in den letzten Jahren, dass eben irgendwie so gewisse vielleicht Wahrheiten nicht mehr gleich akzeptiert werden, auch wenn man sie vielleicht selber nicht so vertritt, werden sie nicht mehr akzeptiert, sondern schon ziemlich aggressiv bekämpft. Ich finde das eine interessante These und man müsste sie sozialwissenschaftlich jetzt prüfen mit allen Mitteln, state of the art. Ich bin nicht ganz sicher, also als einen Anfangsverdacht lasse ich es so gelten und habe ähnliche Gefühle, merke aber auch, dass in den letzten zehn Jahren die Tendenz zugenommen hat, dass Menschen ihren Glauben relativ offen erklären und zwar ungeschminkt oder geschminkt und es eigentlich eher zunimmt, dass man sagt, ich aber glaube, das ist meine Überzeugung und zwar die ganze Palette, also von einem eher islamistischen Hintergrund über Esoteriker, über Menschen, die auch offen sagen, ich glaube sicher nicht, also der Atheismus hat auch Aggressivität oder Offensivität zugenommen, das heisst, wir sind halt nicht mehr allein auf dem Feld. Dass hier das Misstrauen oder der Verdacht, dass Christen eine gewisse sogenannte Engstirnung sind oder eine etwas verstockte Moral haben und dass dann entsprechende Äusserungen sofort in diese Schublade fahren, dass das gehört eigentlich zum Spiel, merke aber auch, und das ist vielleicht weniger im Öffentlichen als im Halböffentlichen, dass das Interesse an der christlichen Religion, gerade wenn sie ein gewisses Commitment zeigt, auch das Interesse nimmt zu. Davon profitiert auch ein strenger Islam, davon profitieren auch gewisse Sekten, aber faktisch finde ich es nicht schwarz-weiss. Die Nervosität hat zugenommen, die aufgeregt hat, der Hate Speech, aber auf beide Seiten und auf alle Seiten. Ich glaube, also ich würde sagen, die Kommunikation im politischen Raum, würde ich schon sagen, ist angespannten als vor 15 Jahren in manchen Themen. Die Polarisierung, also die sogenannten Pol-Parteien, aber was wir auch sehen, wenn wir jetzt mal sozusagen hinüber blinzeln zur Politikwissenschaft, wir sehen auch eine neue, nicht uninteressante, zumindest in der Schweiz, uninteressante Scumbag der Mitte. Also das, weil die ein Zünglein an der Waage sozusagen bilden und auch neue Machtmöglichkeiten sich erschliessen, sozusagen die Polarisierung ergibt einen neuen Spielraum für die Mitte, zumindest in unserem System. In anderen Systemen sehen wir, dass diese Polarisierung zu einer Lähmung führen kann. Aber das ist jetzt wieder eine Frage, wie das die Rahmen, die Parameter sind, wie dieses Machtspiel stattfinden kann, also wie die Pluralität gepflegt, ob sie eine ungepflegte oder eine gepflegte Pluralität hervorbringt. Und was würdest du sagen, hat jetzt neben all dem, was schon gesagt wurde, aber was würdest du sagen, hat die Kirche oder einfach die Menschen, die an Christus glauben, was haben wir in unserer pluralen Demokratie, was haben wir zu geben, was ist unsere, ja was ist das, was uns vielleicht auch einzigartig macht, was ist der Input, der von dieser Seite kommen kann für ein solches System? Hoffnung. Vielleicht Hoffnung ist das Wichtigste. Und ich sehe auch eine zunehmende Bereitschaft, auch in säkularen Medien, lese ich davon, und auch in Diskursen, philosophischen Diskursen, dass Hoffnung zunehmend wieder an Attraktivität gewinnt, weil sie sozusagen so gefährdet und so verletzlich, so fragil ist. Wir haben uns den Luxus geleistet, auf Dinge zu hoffen, wie technischen Fortschritt oder solche Dinge wie Durchhandel, Frieden, Friedensdividende, wir kennen alle diese Dinge und merken, so einfach ist es nicht mit dem Handel, der Frieden bringt. Und das mit der Globalisierung scheint auch an die Grenze und so weiter. Und da, glaube ich, ist etwas passiert mit unseren Hoffnungsaktien, die sind wirklich massiv gesunken. Und ich glaube, die christliche Lebensform lebt und nährt sich eigentlich davon, dass es nicht nur eine Vergangenheit gibt und eine Gegenwart, sondern einen Advent. Und der Advent ist im Unterschied zum Futur, nicht die Verlängerung unserer Leistungen in der Gegenwart, sondern der Advent ist das, was auf uns zukommt. Das ist der Advent und die Hoffnung ist adventlich. Das ist das, was kommt, nicht das, was wir erschaffen. Und man könnte auch dasselbe jetzt durchspielen für die Vergangenheit. Wir haben in dieser Welt eine Botschaft, die perfekt ist. Also jetzt grammatikalisch perfekt. das heisst, es ist etwas passiert, es ist etwas geschehen, das uns den Rücken stärkt und einen Boden gibt, das uns hält und trägt. Und das ist die Versöhnung, die in Christus Jesus geschehen ist. Das Kreuz und die Auferstehung ist geschehen. Ostern ist Realität. Und das heisst, die ganze Grundlage dessen, was uns ausmacht, ist eben nicht, was wir machen. Was uns ausmacht, ist nicht, was wir fertigbringen, sondern was uns auf diesen Boden stellt, was uns den Rücken stärkt, aber was uns auch nach vorne blicken lässt und hoffen lässt. Glaube und Hoffnung. Und der Spielraum, der hier entsteht, ist der Spielraum der Liebe. Wenn wir glauben, was uns hält, wenn wir hoffen, was auf uns zukommt, haben wir die Freiheit zu lieben, die Liebe zu üben, auch zu scheitern und wieder aufzustehen. Und das ist unser Zeugnis. Wenn wir anderen einfach etwas vorstellen und vorreden von Glauben und von Hoffnung, ist es das eine, was wir bezeugen, ist die Liebe. Denn an der Liebe werden wir erkannt. Und dann werden sie uns fragen, ja, weshalb könnt ihr lieben? Dann sagen wir, weil wir glauben. Und sie fragen uns, weshalb könnt ihr vergeben? Dann sagen wir, weil wir hoffen. Also würdest du sagen, so kurz gefasst, der Christ in seinem Christsein ist in dem Sinne das Zeugnis und das, was irgendwie dieser Staat oder eine Demokratie auch durchdringen sollte? Ja, oder anders, genau, anders gesprochen, wir zeugen nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Das ist die Essenz des Evangeliums. Und das Matthäus-Evangelium macht es besonders klar. Nur die Worte allein, nur als Hörer sind wir noch keine Zeugen, sondern wir sind Täter unserer Hörer. Und das könnte man als Überforderung und alles Mögliche hören, aber es ist eigentlich die Gnade. Wir sind erwählt, wir haben sozusagen die Chance unseres Lebens, dieses Abenteuer anzunehmen. Was für ein Privileg. Aber nicht, weil wir besser sind oder weil wir gerettet sind oder weil wir sozusagen herausgenommen sind aus der Masse der Verlorenen, sondern weil wir die Gnade haben, hineinzusehen in dieses wunderbare Regiment, das schon begonnen hat. Und das ist ja unser Glaube, dass Gott die Welt versöhnt hat, nicht uns, die Welt. Im Johannes, erst im Johannesbrief, Kapitel 2, heisst es, ja, wir sind versöhnt, aber nicht nur für uns, für die Welt hoffen wir. Wir glauben für diese Welt und wenn wir das glaubwürdig vermitteln können, ja, dann geht es um unsere Taten und die Frucht unseres Lebens und nicht nur um unsere Worte. Ja, was meint ihr zum Thema Cultural Witness? Sollen Christen müssen Christen evangelisieren? Und wie? Schreibt uns doch etwas in die Kommentare und abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zuhören. Musik